Willkommen bei die Kraft der Geschichten, deinem Podcast für Inspiration und Lebensfreude. Ich freue mich, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich nehme dich heute noch mal mit nach Blasket Island, mitten hinein in die irische Märchenwelt. Mach's dir gern gemütlich, kuschel dich in eine warme Wolldecke, koch dir einen Tee oder nimm dich mit hinaus in die Natur. Oder auch wenn du gerade Auto fährst, ich wünsche dir ganz viel Inspiration mit dieser neuen Folge. Ich nehme dich mit nach Sleahead, die Landspitze von Dingle Peninsula, die mitten in den Atlantik hineinragt. Und wir betrachten zusammen den Sonnenuntergang. Draußen im Atlantik liegt The Sleeping Giant, die Blasket Island, die wir in großer, schlafender Riese aussieht. Und daneben geht die Sonne, leuchtend rot, im Meer unter. Und beschreibt so einen Pfad aus goldenem Licht auf dem Wasser. Und wir, all die wunderbaren Frauen, die mit mir auf Märchenreise nach Dingle gefahren sind und ich, sitzen da oben an den Felsen gelehnt und schweigen und betrachten den Sonnenuntergang. Und es ist ein Moment des Friedens. Ich glaube ja, wenn man einen Sonnenuntergang gemeinsam betrachtet, dann kann man nicht gleichzeitig traurig oder verzweifelt oder zornig sein. Es kommt so viel Frieden, Erhabenheit und Ruhe in diesem Moment über dich. Und als die Sonne schließlich untergegangen ist, sammeln wir uns in der Dämmerung. Ich sehe die leuchtenden Augen der Frauen. Wir sind noch ganz ergriffen, sprechen leise, vorsichtig, behutsam, wandern zurück. Und es ist so groß, erhaben und mächtig, dass wir ganz still werden und uns winzig klein fühlen. Und zugleich begreifen wir, dass wir ein Teil von diesem Wunder sind. Diesem großen Wunder des Lebens. Ja, und schon als wir in Dublin angekommen waren, da haben Barry und Larry Sain, bei denen wir in Dublin gewohnt haben, uns gesagt, was, ihr fahrt nach Dingle, go to Blasket Island. It's the end of the world. Und auch die Bridge, bei der wir in Granville in Dingle gewohnt haben, hat gesagt, ah, you should go to Blasket Island, you know, as long as you can. Man kann nur an ganz seltenen Tagen dort hingelangen. Nur wenn der Himmel blau ist und das Meer ruhig. Und an dem Sonntag waren die Christine und ich übrig geblieben und haben gedacht, wir schauen mal, ob wir eine Fähre bekommen. Das erste Mal gehört habe ich von Blasket Island in Istny, hier bei uns im Allgäu im Kino. Da kam an St. Patrick's Day ein Film, Dingle Way of Change. Drei junge Männer sind den ganzen Way Atlantic, Wild Atlantic Coastway abgewandert und haben daraus einen Film gemacht und die Blasket Island besucht. So war es schon in mir, das Bild. Ja, und wir zwei, die Christine und ich sind dann zum Ticket Office gefahren. Das ist ein winzig kleines Holzhäuschen. Und haben gefragt, ob noch ein Schiff geht, dann hat sie gesagt, yes, in eight minutes. Also haben wir unser Ticket gekauft und sind die Rampe hinuntergelaufen. Steil und sich windend geht es da runter zwischen den Felsen und Klippen hinunter ans Meer auf unsere kleine Fähre, die Lady Avalon. Und die hat uns dann übers Meer hinaus auf Blasket Island zugefahren. Es war schon so schön, den Wind wieder zu spüren, auf dem Wasser zu sein, auf der Lady Avalon. Und dann ging es aber runter von der Fähre auf ein Schlauchboot. Und das hat uns dann an so eine Rampe gebracht, von der wir an Land gegangen sind. Und jetzt habe ich auch verstanden, warum man da nur hin kann, wenn die Sonne scheint und das Meer ruhig ist. Es gibt keinen Steg oder Anleger. Nur diese Rampe. Und da kann man nur hinüber, wenn das Meer ruhig ist. Dort empfangen hat uns eine junge Iren. Die sah aus wie Ruby Ferrigale. Rote Locken, Sommersprossen, grüne Augen und die Frau drüben im Ticket Office hatte uns gesagt, mach die Führung mit, die ist super. Also wir sind mit Ruby Ferrigale da über die Insel. Und sie hat uns erzählt. Heute ist die Blasket Island nicht mehr bewohnt. Und es war ein raues und hartes Leben, umgeben von Meer, Stürmen und Wind. Und die irische Mystik und die irische Seele war so nah. Ich bin nur ein Fuß vor den anderen gegangen, einen Schritt vor den anderen und habe plötzlich verstanden, wo die Geschichten herkommen. Die Erzählungen von den Fairies, die aus den Feenhügeln herauskommen und von den Selkies, den Menschen, die sich in Seehunde verwandeln oder Frauen, die ihr Seehundfell ablegen und wieder anziehen. Sie hat so ganz lässig mit der Hand hinübergezeigt und gesagt, da liegen übrigens unsere Seals, unsere Seehunde. Und ich habe das erst gar nicht erkannt. Ich dachte, das ist ein Haufen Felsen. Und dann habe ich gesehen, dass es Seehunde waren, die ganz nah beieinander lagen, um sich zu wärmen. Immer wieder ist mal einer ins Meer, um eine Runde zu schwimmen und wieder raus. Ich war so verzaubert. Wir saßen da und haben die Seehunde angeschaut. Und dann sind wir noch über die Insel gelaufen, an dem Café vorbei. Ich habe dann gehört, dass sich über 2000 Menschen bewerben, um dieses Café von Mai bis Oktober zu führen, an diesem besonderen Ort, da draußen im Atlantik, umgeben von Meer. Und wir sind ein Stück um die Blasket Island gewandert, dann zog eine Wolke an uns vorbei. Wir waren plötzlich mittendrin in der Wolke. Und dann kam die Sonne wieder hervor und überall war das Meer. Und auf Blasket Island wurde die Tradition des Geschichtenerzählens gepflegt. Das ist eine so alte, alte Kultur. Und vielleicht habe ich mich auch deswegen da so angekommen und so zu Hause gefühlt. Die Pad war dort eine Frau, die Geschichten erzählt hat. In so einem Steinkottage. Vor langer, langer Zeit. Und die Menschen sind zu ihr ins Cottage gekommen, haben mit ihr am Torfeuer gesessen und ihren Geschichten zugehört. Und sie konnte erzählen, dass ihren Zuhörern die Tränen über die Wangen gelaufen sind. Es hat auch Schicksale erlebt und ein Kind verloren. Und sie konnte erzählen, dass das Herz zu weinen begann. Und dann wieder heitere Geschichten, sodass ihr Cottage von dem Lachen ihrer Zuhörer erfüllt wurde. Genau wie die irische Musik. Heiter und voller Lebendigkeit und Lebensfreude und dann so voller Melancholie. Und diese Farben des Lebens sind da so spürbar. Jedes Mal, wenn die Sonne wieder rauskommt und den Strand anstrahlt und die Seehunde und das Meer leuchtet türkisfarben. Und dann wechselt die Stimmung. Und die Sonne verschwindet kurz hinter der Wolke oder es regnet und die Sonne scheint gleichzeitig. Es ist ein Wechsel der Stimmungen. Durch den Wind, durch das Meer, das Sonnenlicht. Und wir waren mitten darin. Und ich wusste, so mit jeder Zelle, so in den Knochen, woher die Geschichten kommen. Eine Zeit lang da, über die Hügel zu wandern zwischen den alten Steinmauern und den Seehunden und dem Meer, beseelt, schenkt Geschichten. So erfüllt sind wir an diesem Tag zurückgekommen und waren abends noch im Pub und haben nochmal Musik gehört. An diesem Abend hat ein Fiddler, ein Geigenspieler aufgespielt und wir saßen da bei unserem Guinness und waren einfach nur glücklich. Und am nächsten Morgen war unser letzter Tag und die Rückreise geplant nach dem Frühstück. Und ich lag in der Jurte, es hat genieselt, ich habe den Regen auf dem Zeltdach gehört. Hört man jetzt auch gerade, draußen regnet es. Ja. Und war so, soll ich aufstehen und Yoga machen oder nicht? Aber dann habe ich mich erinnert an mein Versprechen, dass ich immer Yoga mache. Egal, ob ich gerade Lust dazu habe oder nicht, weil es mir immer hinterher besser geht als vorher. Und es hatte dann auch zu Nieseln aufgehört. Ich habe meine Yogamatte geschnappt, bin da raus. Es gibt da so eine Holzplattform. Da wird bestimmt auch noch eine Jurte gebaut, aber die ist noch nicht da und es war ideal zum Yoga machen mit Blick auf den Atlantik. Und nach dem Yoga, da so meine Stöpsel ins Ohr, bin durch den Strong, Strong Elegance Flow, heißt er. Genau. Von der Maddie Morrison. Und danach, danach habe ich das Meer rufen gehört. Ich muss noch mal ans Meer. Und bin zu dem wilden Strand, von dem man eben wieder den schlafenden Riesen da im Meer liegen sieht. Das erste Mal, als wir dort schwimmen waren, war das Meer so wild, dass es uns völlig durchgespült hat. Und ich hatte wirklich nicht gesehen, dass da Schilder waren, auf denen stand Schwimmen verboten. Ich habe die einfach nicht gesehen. Ja, aber diesmal hatte ich sie gesehen, das Meer war aber ruhig. Und ich bin dann hinaus und habe vom Meer aus gesehen, dass die Hügel an Land ja aussehen wie eine schlafende Göttin. Und ich hatte noch so in mir die Frage, werde ich wiederkommen nach Irland? Werde ich die Reise wieder anbieten oder nicht? Und plötzlich sehe ich diesen Regenbogen. Schon als ich auf dem wilden Strand zugefahren bin, sehe ich ihn genau in der Richtung, in die ich fahre. Und du wirst jetzt sagen, okay, ein Regenbogen ist ja nichts Besonderes und Irland regnet und die Sonne scheint und ständig wechselt sich das Wetter. Aber ich hatte auf dieser Irlandreise dieses Jahr im September 2024 noch keinen einzigen Regenbogen gesehen. Keinen einzigen. Es war der allererste. Und er war so leuchtend und fast doppelt. Und dann bin ich hinaus, geschwommen und wieder zurück. Der Atlantik hat sowas Reinigendes, Klärendes. Ist natürlich auch recht frisch und kalt. Es macht wach und munter und lebendig. Aber es hat auch sowas Reinigendes. Und dann habe ich mich wieder angezogen, bin zurückgelaufen und drehe mich um und sehe nochmal diesen Regenbogen. Ich konnte ihn sogar einfangen auf einem Bild. Ich nehme ihm im Herzen mit und kann mich durch das Bild erinnern und ihn auch mit dir teilen. Es war ein Zeichen. Ich werde wiederkommen. Es wird wieder eine Irlandreise nach Dingle geben. Und ich freue mich. Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich habe sogar ein bisschen Heimweh. Nach den Sonnenauf- und Untergängen am Meer und der salzigen Luft da vom Atlantik. Und dem Leuchten des Sonnenlichtes auf dem Wasser. Das Leuchten. Ja, diese Landschaft leuchtet. Die leuchtet einfach. Ich danke dir, dass du da bist. Das wollte ich noch mit dir teilen. Diesen Ausflug nach Blasket Island. Und den Regenbogen über dem Sleeping Giant. Nimm ihn mit in dein Herz. All die Farben des Regenbogens. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Lila sind für uns da. Sie sind für dich da. All die Farben des Lebens. Das ist wie ein Instrument. Wie so eine Harfe. Du darfst jede Seite in dir zum Klingen bringen. Und dann leuchtest und strahlst du in deiner ganzen Fülle. Und dafür bist du da. Nichts anderes und nichts Geringeres. Nicht weniger als das. Lass dein Licht leuchten. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Fühl dich von Herzen umarmt. Und ja, schau einfach auf meiner Webseite vorbei. Wenn du dich für eine der nächsten Reisenden interessierst, melde dich am besten für meine Newsletter an. Dann bekommst du immer alle Neuigkeiten. Ich freue mich, dass es dich gibt. Und ich wünsche dir eine gute Zeit. Fühl dich von Herzen umarmt. Alles, alles Liebe. Deine Annika.